Darf man in den Zoo gehen, obwohl das Tierquälerei ist? Darf man? In den Zoo. In den Zoo gehen? Wallah, die ganze Straße ist Zoo. Ich weiß nicht, welchen Zoo du meinst. Nicht alles ist Tierquälerei. Natürlich, es gibt Tiere, die brauchen mehr Auslauf, das ist richtig. Es ist dein Verbrechen, wenn du Tiere quälst. Aber du solltest das nicht unterstützen. Aber ist alles in Zoo, Tierquälerei? Nein. Es gibt Tiere, die haben freien Auslauf.